Hallo und herzlich willkommen zurück zu Eden Star. Wir haben das letzte Mal unsere Basis ein bisschen ausgebaut, weil wir immer mehr angegriffen wurden. Haben kleine Türme hier außen gebaut, die uns beschützen sollen. Haben das auf der Seite auch gemacht. Und ja, so langsam läuft es. Jetzt brauchen wir allerdings Munition und das Ding hier kommt weg. Ähm, Munition brauchen wir. Ganz genau. Und dafür haben wir... Was haben wir denn hier? Ähm... Oh, wir haben ja schon einiges an Krempel. Können wir nochmal gucken, welche Waffe wir uns bauen werden. Ähm, Rifle, SMG... Sniper Rifle. Ich glaube, wir nehmen erst mal diese hier. Aber dafür brauchen wir noch... Chirulium, also Keramik und Ironite. Nee, das haben wir ja beide schon. Können wir uns sogar bauen. Die können wir uns sogar schon bauen. Not enough minerals. Äh, Inventory, Kost. Wieso Not enough minerals in der... Wett? Äh, Wett? Okay, können wir uns noch nicht bauen. 107... Ach, in den Inventory. Moment. Moment! Ich bin ja auch gescheuert. So, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein paar Sachen eingelagert. Das nehmen wir mal wieder raus. Max. Obwohl, Moment. Können wir das auf Stufe 4... Können wir das hochschrauben? Ähm, nö. Okay. Ich dachte... Das kriegen wir vielleicht hoch. Dann packen wir erst mal hier ein paar Sachen rein. Das. Und das. Nein, pack doch mal alles rein da. Und dann gehen wir noch mal sammeln. Aber wir brauchen ja scheinbar doch noch mehr Sachen, als ich gedacht habe. Achso, warte, das denn. Mal wieder. Wie sieht das denn hier mit der Kinetik aus? Kinetik. Das müssten wir uns machen können. Was fehlt uns? War ja klar. Pyronite. Okay. Was war das noch? Ähm. Pyronite und... Nein. Und, 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 und. Was war das andere? 15... Ili... Ili... Wir haben ja noch 15 Minuten Zeit. Sollte ja lang. Nein, ich will jetzt keine Zäune bauen. Geh weg. Keine Zäune. Ili... 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 Brauchen wir. Also Bäumchen und Steinchen. Und etwa. Wir hatten noch hier um die Ecke immer so ein... Ili... 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 Ist der wieder da? Mal gucken. Wo ist denn das Blöckchen? Da. Da sind sogar zwei. Sehr gut. Ich bin noch direkt mit. Du, ich baue es ab. Pauen wir uns alles ab. Wir nehmen uns alles mit. Halt dich mit. Mit Bildung zurück. Okay, so viel war das jetzt doch nicht. Wir nehmen jetzt erstmal hier alles auseinander, was wir finden können. Ähm. So. Nichts übrig lassen. Was haben wir denn da? Ja. Iron Knight brauchen wir gerade nicht. In den letzten beiden. Die sind momentan ein bisschen wichtiger. Fuddel, fuddel. Nehmen wir auch mit. Ja. Wir müssen nämlich langsam mal anfangen, die... Ja. Die Nester platt zu machen. Also die Basen von den anderen Kreaturen, weil die sonst sich immer weiter ausbauen. Wie wir ja gesehen haben, haben die bei uns schon... Ähm... Stationäre Verteidigung. Damit wir da nicht so leicht rankommen. Und dann wird die nicht besser, wenn wir das ignorieren. Daher müssen wir da was gegen den Machen. So. Gerade eben hat man kurz gesehen, Pat und Pat und Pat und sind auch hier wieder unterwegs. Die Flabberwürmer. Zweibeinigen. Äh. Vierbeinigen. Zumindest flabbern sie da rum. Ja. Die Entwickler haben Ja so einiges bekannt gegeben. Dass die jetzt, ähm... Blöde Viecher. Dass die das Inventory nochmal Komplett umbauen werden. Haben dann ein Screenshot auf Twitter gezeigt. Fand ich. Sehr viel besser. Übersichtiger. Weil mit diesem Inventory hier Komme ich nicht wirklich zurecht. Warum, warum, warum. Keine Ahnung. Vielleicht, weil ich anderes gewohnt bin. So. Und die haben ein Screenshot von den ersten verbesserten Not-Effekten gezeigt. Das sah auch sehr nice aus. Bin hier mal gespannt. Wann die Sachen dann kommen. Jetzt brauche ich aber noch Illium. Wie viel haben wir denn jetzt? Ähm... Also, das haben wir... Illium brauchen wir noch. Nein, das will ich nicht. Dann müssen wir da hinten zu den... Steinen. Ja, und wenn wir das denn alles haben... Sollten wir uns denn früher oder später auch mal aufmachen... ...für eine zweite Basis. Achso, hier sind... ...schon Viecher. Nee. Dann gehen wir erstmal hier rum. Dann müssen wir unbedingt wegmachen. Dann haben wir das Ding. Die werden ja nicht klein an die Basen. Wie, hier auch? Woop. Geck. Du, stirb. Okay. Wollen wir das weg? Was haben wir da? Da ist auch noch so eine Pflanze. Äh. Ich mache ich kaputt. Okay. Wir laden uns wieder auf. Geht natürlich mit der Waffe. Alles einfach. Hoffe ich. Das werden wir ja sehen. Illium Steiner. Ähm. Der. Wie hieß er denn? In den Kommentaren. Wurde mir empfohlen, mir doch eine Waffe zu bauen. Warte ich ja sowieso noch vorhatte. Und ich sollte auf jeden Fall den Handschuh upgraden. Damit kann man denn nämlich... schneller Sachen abbauen. Das werden wir denn mal in Angriff nehmen. Ich danke da für den Tipp. Machen wir natürlich. Äh. Nicht da runter springen. Okay. Hier haben wir nur so Mini-Bäume. Die können wir aber auch ruhig mitnehmen. Können wir alles gebrauchen. Wie Minuten haben wir denn noch? Neun. Okay. Da 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 da. Oh. Ich will auf meinen Kopf fallen. Ja ja. Du mich auch. Au ab. Okay. Ähm. Illium, illium, illium. Oh. Okay. Da ist auch noch was. Was ist das? Nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. Was ist das denn hier? Hm. Okay. Oh cool. Da 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 da. Ja ja ja. Schon ein schicke Spiel. Bin ja gespannt was die Entwickler da noch so einbauen werden. Ob die. Spieler zu ärgern. Nett wäre natürlich so eine Art. Ähm. Ja. Gegner Basis. Oder so alte Kulturen. So wie es bei Minecraft auch. So Tempel gibt. Das wäre. Interessant. So. Wir haben das mit. Es wird liegen gelassen. Ich darf nur noch so weit weg gehen. Okay. Was sagt denn. Denn jetzt hier. Okay. Da haben wir von genug. Das könnte lang. Waffe. Da brauchen wir. Ja. Müsste ja auch lang. Wir werden aber trotzdem noch ein paar. Sachen mitnehmen. Wenn wir sie denn finden. Dann haben wir noch Keramik. Dann nehmen wir auch mit. Keramik. Keramik. Dann nehmen wir auch mit. Oh. Okay. Alles klar. Dann nehmen wir mit. Wer füllst du? All die Klappe. Was sind denn das für Dinger hier? Na gut. Gibt wohl nur. Tesla. Nein. Wie heißt das? Tesla. Tesla. Energy. So. Na komm. Sammle die Sachen auf. Das brauchen wir. Das ist wichtig. Guck mal. Hier sind ja tausend von diesen Steinen. Kann mich gar nicht daran erinnern, dass wir sowas hier letztes Mal hatten. Aber. Wobei ich mich nicht daran erinnern kann. Das heißt ja nichts. Und man weiß. Ciao. Jo. Da nehmen wir alles mit. Wo ist denn Schwabbel? Ah, der läuft ja hinten. Hat nur wieder einen auf die große gemacht. Pass mal auf, wo du hinfällst. Ja, dann sollten wir unsere nächste Basis vielleicht ein bisschen besser planen. Mir wurde nämlich in den Kommentaren gesagt, dass meine Basis suboptimal wäre. Nicht, dass ich das nicht schon gewusst hätte, aber. Ist halt die erste. Und das werden wir dann vermutlich noch ein bisschen üben müssen. Na, nehmen wir den hier noch mit. Baumfeld. Kann das sein, dass das Ding immer in die Richtung fällt, wo ich gerade stehe? Wie nicht, nicht. So, einmal komplett auseinandernehmen. Okay. Ja, die nächste Basis, die wir uns dann mal bauen werden, die werden wir dann mal schauen, wie wir die bauen. Ob wir die eben bauen. Also, auf jeden Fall sollte der Generator ein bisschen höher sein. Wo müssen wir denn hin? Da müssen wir hin. Ein bisschen höher sein als der Rest. Da kann ich mich nicht schaden. Oh, da kann ich auch weg. Oh, oh. Was sind das für Geräusche? Hört ihr das? Das klingt so. Als, äh, mit einem Erdbeben oder sowas wäre. Wir sind auch übel, diese Eier. Die müssen wir auch mal kaputt machen. Oh, Ruhe. Oh. Glück. Kann doch mal aufhören hier. Oh, wir werden mal reparieren. Ich bin mir nichts kaputt gemacht. Ich glaube, ich spinne. Ähm, ich wollte noch mehr sammeln. Doch, habe ich drei Minuten. Wollte hier nämlich... Oh, guck mal. Allerdings scheint es auch Vorteile zu haben, wenn man die Basen nicht alle kaputt macht. Weil diese Steine spawnen dann häufiger, kann das sein. Umso mehr Gegner ankommen. Das ist damit was zu tun. Weil das war hier definitiv vorher nicht da. Oder kommt das nur, weil ich neu geladen habe? Boah, keine Ahnung. Hat das, äh... Ja. Man weiß es nicht. Okay. Ähm... Wo haben wir denn hier die Keramik-Sachen? La, la, la. La, la, la. Ach, halt die Tappe. Wo komme ich denn da hin? So. Hier. Nehmen wir mal alles mit. Das bringt ja eh alles nicht. Das später, wenn das Spiel dann irgendwann mal fertig ist, so ist, dass man die Sachen abbaut und die dann wieder sporen. Bin hier mal gespannt drauf. Genauso auf dem Multiplayer. Ich denke, dann werden wir früher oder später auch mal testen. Ob das dann im Let's Play passiert oder zum Beispiel im Stream, müsste man ja sehen. Ähm... Keramik, Keramik. La, la, la. Drehen wir dann schon viel raus, kann das sein. Es ist nicht wenig. Okay, wir haben noch zwei Minuten. Na, komm. Gib mir, gib mir, gib mir. So. Hier ist Keramik mit. Und dann müssten wir uns eigentlich gleich was bauen können. Aber wenn nicht, dann müssen wir halt bis zum Morgengrauen warten. Und dann nochmal schauen. Alles weg. Keramik müssen, ich sehe gleich nichts mehr. Na, das ist nur eine kleine Wand. Wenn wir jetzt hier einiges mitnehmen können. Ach, halt, klappt. Das ist hier meine Statio. Huch. Aua. Bist du irre? Ich bin es wohl. Ich bin jetzt erschrocken. Tricks, wie. So. Können wir den eigentlich auch mal reparieren, oder? Oder fehlt uns irgendwas? Irgendwas fehlt. Was fehlt denn da? Hm. Ja. Das Linium. Ah, okay. Ah, das kriegen wir auch noch irgendwo her. Jetzt wollen wir erst mal schauen. Wie hier die Sachen bauen können. Nö. Das fehlt. Oder können wir das einmal createn? Ne, können wir doch. Okay. Dann haben wir das einmal. Dann die Waffen. Okay, dann ist natürlich... Der, dem, der, dem. Und die Waffen. Natürlich dafür auch... ...Munition. Wir müssen auch nur viel von haben. Oh, mein Gott. Tja, was ist denn hier los? Krieg. Krieg und Frieden. Ähm. Inventory. Wir müssen mal eben die Sachen ausrüsten. Okay. Hammer. Das haben wir auch. Wop. Oh. Das hat ja gut geklappt. Aber wir sind auf jeden Fall schon mal... ...sicher hier in der Basis. Auch wenn wir jetzt immer... ...hier leichte... ...Erscheinungen von Zerstörung sehen. Okay. Waffe. Wie können wir denn die Waffe jetzt in die Hand nehmen? Ah, mit Kuh war das. Okay. Dann müssen wir gleich mal schauen... ...dass wir... ...die ersten Nester kaputt kriegen. Okay. Klappt. Da sehen wir, wie viel Munition wir noch haben. Ist nicht besonders viel. Was brauchen wir denn für die Munition? ... ... ... ... ... Okay, da brauchen wir eins von den beiden. Ja gut, das ist ja nicht das Problem. Das können wir hier herstellen. So, aber wo ist denn die Verbesserung? Also das haben wir schon, das Ding haben wir auch, äh, bub, 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 wo können wir denn unser Handschuh aufwerten? Moment, das war doch, wenn wir hier drauf gehen, ne hier, aktive Upgrades, Upgrade, was haben wir denn hier? Hm, kinetic energy, die Tagesdistanz höher, also Distanz höher, bla bla, bla bla, das ist jetzt alles nicht. Oder war das da doch, lalalalalala, dann können wir hier upgraden? Okay, Level 5 Combat Modul. Das hier könnte das sein. Da fehlt uns aber einiges an Baum und Tinal. Ja, da müssen wir Tinal und dann andere mal gleich suchen. Ist ja nur noch eine Minute. Aber wie wir sehen ist nur noch ein Angriff gekommen. Es war zwar ein Riesenangriff, aber das wird sich gleich ändern, wenn wir das Nestdorn zerstört haben. Da ist ein Nest. Wo ist denn noch ein Nest? Sehen wir hier noch irgendwo eins? Da ist noch eins. Eine unmittelbare Nähe. Das war's denn aber auch, ne? Okay, dann werden wir uns gleich mal an die Nester wagen. Ach, halt die Klappe. Nester, Nester, wo sind die Nester? 13 Sekunden noch. Dann gehen wir da mal hinunter. Hier könnten wir natürlich auch Geschütze noch drauf packen. Das hat mir ja sowieso vor.